Again, again, again. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Okay. Das wird schön. Spontan an neue und ins. Aber den Teil können wir einfach schneiden, oder? Den schneiden wir jetzt. Ich mache einfach dieses. Aber bis dahin war es super. Tatsächlich, das ist. Wenn wir die jetzt auch noch wieder reinnehmen, kriegen wir schon wieder Ärger. Ich bin im Rausch, Geld zählen. Die meinen es eigentlich nicht schlecht oder böse oder so. Alles verändert sich. Sport. Dir auch. Also Träume und Ziele sind absolut essentiell. Ja, das ist ja eine gute Idee. Mindestens 90 Prozent der klassischen Vermögensberater haben selbst gar kein Vermögen. Was nützt dir das, wenn du die Millionen auf dem Konto hast und der Rest von deinem Leben ist scheiße. Und wenn ich das kann, dann können das alle anderen auch. Dann mache ich den Fernseher aus, schalte mein Leben ein. Wir lenken die Leute aus dem System. Und das mögen die Systeme nicht. Ich höre mir jetzt deinen YouTube-Kongress an. Es ist ein klares Hell-Yes. Für das System ein Albtraum.